Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Angels of the Heavy Ich dachte, komm, was ist lustiger als einfach mal eben kurz nochmal bis zu dem Punkt zu spielen Genau, euch soll ich sagen, wie ich nochmal bis zu dem Punkt spiele Und, fuck, das Spiel ist wieder zu laut Äh, ohne Momento So, jetzt aber Also, was ich sagen wollte Ihr seht nochmal, was bis dahin passiert ist Und zwar im Schnelldurchlauf Also, los geht's Los geht's Wo ist der Ich das Теперь Ich kann, ich kann So Ich kann Oh okay Okay Es ist das So, ich glaube, so langsam sind wir sich an den Punkt angekommen. Fehlt noch mal ein bisschen. So. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Okay, wir haben noch nicht ganz da. Gehen wir jetzt leider, wo man das wieder aufschießen kann. Und bla, und einfach so das auch so schneiden. Aber das klappt auch nicht. Bam, bam, bam. Ja, da wurde auf uns geschossen und jetzt... So. Jetzt sind wir hier... wirklich langsam angekommen. Na, danke. Äh, bla, 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 eingeschlafen. Still is a wonder. Oh, you survived, bla, bla. I've always had faith that you'd blossom in such a lovely... Ja, ich glaube, das hatten wir noch. Und ja. Na toll. Äh, nee, wir will mehr da haben. Naja, geil. All this talk about anticipation is about sleepy peepers, right? Sleepy peepers? Ach, genau. Pupillen, ne? Augen. Piepers vor Augen. Äh, äh, ähm, about anticipation. Äh, all dieses Gelaber über anticipation. Äh, ich kann das gar nicht übersetzen. Was machst du denn? Mach mich schon wieder ganz munter. I don't give a flying fuck about your sleeping habits. Ich geb nicht, äh, ich geb keinen fliegenden Fick auf deine Schlafangewohnheiten. Halt die Klappe und lass uns durch. Von mir aus. Du bekommst, was du verdienst. Yep. Du hast es verdient. What the fuck is going on? What the hell is happening? Nicht, erst mal ernst auf. Was geht ab? Moment. Ach. Ich muss eben kurz, äh, Condemner übersetzen. Nee. Moment, das bräuchte ich vielleicht noch. Egal. Scheiß auf. Meine References, no. Oh Gott. Nicht Leo.com Go. Ähm, Condemn... 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 Nö. Yes. What? That word doesn't exist? Das Wort gibt... Con... 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 Condemn... Ah, Anakin, nicht. Mann. I don't know what's going on. Ich hab keine Ahnung. Ich hab jetzt keine Ahnung mehr, was er stand. Können. Warum benimmst du dich schon wieder so affig, hä? Komm her. Leg dich mal hier zu mir. Komm her. Leg dich mal zu mir. Ist ja gut. Oh, ganz ehrlich, ey. Oh, ganz ehrlich, ey. Übersetzt das selber. Ich... 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 Das direkt so... Weil ich kann das eh nicht so direkt übersetzen und so. Ich glaube, so... Ähm... Ist das für euch auch leichter, also... Wenn ich einfach Untertitel unter... Dem eigentlichen gesprochenen hinschreibe. Und deswegen machen wir das ab jetzt so. Ich probier's mal und guck mal, wie das bei euch ankommt. Vorsehe, das ist mein Devoi... 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 And my Bullshit-O-Meter is already pinging offscales. So lay off. Hey, way. The door's open. Let's get him... Get him move on. Okay. Oh, er nennt sich ja jetzt seit 19... Hey, das find ich irgendwie süß. Find ich wirklich irgendwie süß. Wow. Ich kann ja gar nicht... Ich kann da nicht mal hingehen. Ich kann da gar nicht hin. Okay. Let's... Weird! Überall den Kameras auf dieser Etage, das ist... Okay, oh, what the fuck is that? The gate is closed. It's closed! No shit! Hey, aren't you listening? Why are you supposed to let us through? What's this? I thought you were slow with it, but it turns out you're just impatient, eh? I haven't finished putting on my face. I just rolled out of bed after all. Huh? What the heck are you talking about? Well, never mind all that. Then I should receive the punishment in due order, don't you think? I mean, that way it sets the mood for the whole thing, don't you think? I better get everything set up. You two should get ready, too, to receive your punishment, that is. I'll have the room in question unlocked for you. In question... Okay, which means... Huh? What's all that supposed to mean? Shall we head to the room for the time being? Okay. In welchen Raum denn jetzt? I don't get it. That door is locked. Äh, ich verstehe jetzt wirklich nicht, in welchen Raum... Oh, in diesen Raum anscheinend. Okay. Das ist seltsam. Ich bin verwirrt. Egal. A boarded background mugshot is what defines a criminal, right? So, take your mugshot before me. Huh? Mugshot? It's a picture of your mug, Isaac. Never had yours taken before, huh? How lovely! I'll make a half-hearted promise to post it on my fridge. Indeed, the same goes for you as well, Rachel. Show me your photogenic side. Oh, and don't forget to take it while holding a play card. A play card? Okay. Diese, diese ganze Sache wird immer seltsamer. Es wird immer seltsamer. Und ich, 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 ich will langsam nicht mehr. Ja, aber das Spiel weiß, wie man, äh, wie man jemanden daran fesselt. Ugh, this is such bullshit. Okay, ich kann jetzt nicht mal schnell laufen, weil Anakin gerade meine linke Hand, äh, fesselt. Und sich auf meinem Manga breitmacht. Toll. Armer Koro-Sensei. Koro-Sensei! No! Ich liebe Assassination Classroom. Naja, weiter geht's. Photos of several people are scattered everywhere. Great. The people in the photographs are each holding what appears to be a mugshot placard. Was ist ein mugshot placard? I want to know! Ah, ich werde es wahrscheinlich erst wissen, wenn ich hier die Übersetzung drunter packe. Also von daher... Pfff. Ja, komm wieder her! The box contains white boards that each have a white string attached. Names are written on the boards. They appear to be mugshot placards. Hey, what do the, uh, what do those say? Our names are written on them. Really? Our names? Well, it's for a mugshot, so I think we need to put these around our necks and take the photo. Okay, are you sure? I don't think this is such a good idea, but okay. Also ich glaube langsam wirklich nicht, dass hier eine wirklich gute Idee ist, aber gut! Machen wir jetzt einfach mal! Anakin, sei vorsichtig! Okay, dann... Machen wir jetzt einfach mal! Ähm... I... Verdammt! Okay. Ähm... Verstehe ich jetzt nicht, hat... Verbürgt er irgendwas noch vor uns? Also da ist ja sowieso irgendwelche Sachen vor uns verbürgt, das ist klar, aber... Irgendwas, was seinen Namen betrifft, weil irgendwie wirkt es gerade so. There's a camera. Are we supposed to take it with us, this? Does pushing the shutter take a photo? Fuck if I know. I've never taken a photo I had mine taken. Okay. Then should I take mine first? Huh? So why in the fuck do I gotta get my photo taken for? So we can keep going. Not a fan of photos? Ah, shit, fein! Was ist denn los mit Zack im Moment? Alter, der ist ja noch angepisster als sonst! Muss ich das verstehen? Irgendwas stimmt doch hier nicht, ganz ehrlich. Annie, kann es sein, dass du noch müde bist? Okay, then... I take you once you're ready, okay? Okay. Let's... Vorsichtig, Schatz! Ui! Bom! Annie! Vorsicht! Oh! Okay, und wie mach ich das jetzt? Annie! Annie! Vorsichtig! Muss ich das jetzt... Ähm... Da ist jetzt wieder das gleiche Gespräch, oder? Hm. Okay. Soll ich jetzt... Ah, okay. Yes. Shall I take yours? Fine. Yay! Hey, if you're gonna do it, then make it snappy. Stay still! Huh? Like I give a shit, just take it for crying out loud. It'll come out blurry. For fuck's sake, it's not like this, it's some passport-foto. Fine. Hold still. Do I press this? Yeah. Anakin, bleib vom Kabel weg. Guck mal, spielen wir mit ihm, Olga, hm? Oder guck mal raus, was passiert denn draußen? Also, ganz ehrlich, ich verstehe eigentlich nicht, warum Zack so angepisst ist, aber naja. Irgendwie ist er sowieso dauerangepisst. Ganz ehrlich, das wirkt fast so, als wäre man im Knast und müsste da die Fotos machen. So, ich hab die ganze Zeit keine Musik irgendwie gehabt. So, jetzt höre ich vernünftig was. Okay. Ganz ehrlich, das ist irgendwie alles gerade total schräg und seltsam. Aber ich will noch gucken, ob die... Mann, warum die alle Türen verschlossen ist, nervt? Na ja, okay. I don't fucking like this. A series of drawings are scribbled on the wall. Brr, what a piss-poor excuse of a drawing. It's like someone smeared shit on the wall. Okay, if you say so. It appears to be a picture of someone sitting in a chair. Okay. It appears to be a picture of some sort of green scribbling and an agonizing face. Okay. It appears to be a picture of someone impaled on spikes. Okay. Sind das alles Feuter- und Tötungsmethoden? Äh. Ich mag das hier nicht mehr. Ich will nicht mehr. Darf ich nach Hause gehen? It appears to be a picture of a siren. It appears to be a picture of a smiling woman. No shit. Okay. Ich will langsam nicht mehr. Darf ich nach Hause gehen? Oh. Hi. Did you by any chance catch the wall artwork? I've got such wonderful punishments in store for both of you. Isn't that lovely? With drawings like that, the only thing lovely will be when they're erased. How cool. I put my heart and soul into them. But enough about that. More importantly, I'm giving each of you a bit of a choice. Huh? What do you mean? Didn't you know that condemnation comes in a rarity of forms? How does eternal imprisonment strike you? There, you can leisurely spend your days productively thinking over your sins. Zack is not a muse. Ich hoffe, Zack hat darauf wirklich wenig Bock. Können wir es lassen? Ja? Gut, danke. Such tormenting punishment awaits you above. However, be on the iron bars before you, awaits a lovely new life, rotting away in an eternal imprisonment. So, what do you say? Who the fuck in the right hair would wanna do something like that? Too bad. All I wanted was to keep you for the rest of your lives. See of us to dance if you change your mind. Ich weiß nicht warum, aber die Zeichnung an der Wand erinnert mich irgendwie voll an Moxie aus Borderlands. Ich hab keine Ahnung warum, aber es tut irgendwie und das finde ich lustig. Oh, Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, aber es wird zu diesem Spiel echt gut passen. What? You think I'm just gonna Just gonna Just sign my life over like Some dumbass? Eternal imprisonment That would not be swift I take it Hey, don't even give this bitch A time of day Act like she doesn't exist Let's keep going Okay, wenn du das mind, Zack Ich höre darauf, was du sagst Weil du anscheinend viel glücker bist als ich Woopi, du Hier, bitte Hm A path continues beyond the bars Okay Geh mal hier oben lang Is this the first punishment room? Even if it is We've got no choice but to keep going Naja, wir können auch wieder zurückgehen Und gucken, ob die anderen Türen nun wieder offen sind The door's been locked Huh? That everyone around here got some sort of sick door locking fetish or something? Come on Jetzt, wo ich es sag Irgendwie je Fast auf jedem Flur sind irgendwelche Räume verschlossen Und das auf übelste Art und Weise Wirklich Irgendwie jede Fast jede Tür ist verschlossen Bis auf auf sechster Etage Da war irgendwie so gut wie alles offen Das war sehr amüsant Isn't there amüsant der fuckt? What the fuck is going on? Okay What is that? Ich Ich hab Ich krieg langsam angst There are so many chairs What's sitting in the chairs? People Doors And that chair in the center Huh Yet another place that makes no freaking sense Wait Zack Geh nicht ohne mich Don't leave me I'm scared Angela Don't leave me I'm scared Okay Ich guck erstmal Oh Ich hab ein Rack erhalten Das Wofür auch immer ich das brauche Ich weiß nicht mal was das ist Gut Das muss ich jetzt nochmal nachgucken What's the Rack? Rack Rack Yeah Wofür brauche ich einen Lappen? Okay I don't know Okay I don't give a fuck Also es sind doch Puppen Okay Okay Geh jetzt einfach weiter Oh ich kann nicht weiter Okay So they're all those So it seems At any way Get thinking about How to get through here Okay Just to be safe You should take a look around too Will do What? Lack is gone Nein Lack ist da vorne Okay Ich äh Ich weiß nicht wieso Aber irgendwie hab ich Bock Auf den großen Stuhl zu gehen Ich schau mir erstmal die ganzen Puppen an Und Guck mal was die machen Äh 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 Okay Es sind alles nur Puppen So sein Ja Sind alles nur Puppen Okay Kann ich da Oh mein Gott Werde ich da dann eingesperrt Wenn ich da reingehe Ich rede das mal mit Zach Hi Zach Find anything worth mentioning There's a door on the other side But the wall is blocking the way And you didn't smash it because Huh Listen Punk This wall is made of iron And I can't smash it Oh Okay Aren't you the one who said That iron can't be destroyed Entschuldigung Ich hab doch nur gefragt Schrei mich nicht an Okay Fine Ich geh woanders hin Okay Ich muss da drauf Fuck I don't want to Schau mir erstmal die ganzen Sachen an Das ist alles nix Das sind einfach nur Maschinen Okay There's a chair strapped with cords And a restraining device Something smells like it's burning Oh Das ist ein elektrischer Stuhl Oh mein Gott Oh Shit Set sich nicht drauf Mädchen Set sich nicht drauf Bitte Hmm This room looks like it might be hiding something But everything seems to be fixated with no sign of budging All the doors appear motionless too Maybe I'll let Zack know He's not gonna be happy He'll get over it so Okay You find something Um Um Did you even look Uh Um What's that It sounds good So no clue about the way out Huh Yeah About that Damn What What Zack Was machst du denn Mann Warum ist Zack nur so wütend Ey Das riecht Der ist ja noch wütender als sonst Go on Gut Okay Mit der Wand können wir eigentlich nix machen Also Hey Are you sure that's nothing Not sure But What did you know Is that I've got Yet to find any Kind of clue Quit messing with me If there's nothing here Then how about I start smashing everything Wouldn't that be faster There's no evidence Successing Suggest Suggesting it So Huh No evidence There's no evidence To say I can't smash Mind holding that sword for a bit Oh man I'm pissed Nicht da hinsetzen Zack Are you crazy No Oh mein Gott Wir müssen Zack retten Zack wird sterben Nein Warte Er will uns umbringen Warum will man interessiert mich noch mal dafür dass er lebt Ach genau Zack I love you Because he's freaking hot I don't know why But he's hot Kinda I don't know Ah No way forward and no way back Man this shit is so fucking tiring Hey I Wouldn't Sit in that chair if I were you Huh Put a sock in it I'm so out of it Wow Er hat uns gerade wirklich gesagt wir sollten einfach nur auf die Klappe halten Net 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 I'd get a get out of that chair if I were you What's the big deal you couldn't find anything around here right But that chair Huh What about this chair It's probably for execution An An Electric Chair Habe ich doch gesagt Das ist ein elektrischer Stuhl Aber mir hört ja keiner zu Okay ihr hört mir zu aber Zack hört mir nicht zu weil er mich nicht hören kann Oh shit Oh shit Oh shit Oh nein 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 Zack Ah Sorry buddy Scheiße Kann ich ihn retten Ah What the fuck Wait Don't just stand there Do something Okay Hang on a second Woah Hi 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 Nun jetzt sehen wir endlich das Gesicht What the fuck Also ich mag irgendwie den Arztstil ganz ehrlich der ist so total abgedreht und mal was komplett anderes Haha Greetings My apologies I can't be there in person I condemn the guilty on this floor Don't forget it I'll be the last thing you ever see Okay Kathy Sie heißt Kathy Hi Kathy Warum tust du Zack das an Lass ihn frei Well My sinful do Okay ich glaub Ich glaub langsam Rage hat irgendjemanden getötet und er weiß es nicht mehr Ich kann es mir irgendwie vorstellen Weil sie war im Krankenhaus War sie Warum war sie im Krankenhaus Hat sie jemanden verletzt? War sie deswegen im Krankenhaus Hat sie vielleicht jemanden fast getötet und fühlte sich schuldig? Aber ihre Eltern waren bei ihr Hat sie ihre Eltern umgebracht? Spekulation über Spekulation Ich glaub ich nehm viel zu lange auf Aber ist mir egal Ich will weiter aufnehmen Well my sinful duo Are you enjoying yourselves? Oh goodness Zack sat in that chair eh? Shit Hey you bitch Get me out of this thing Surely you just I'm afraid that just won't happen What kind of an executioner sets their convicts free? Zack my boy I get giddy at the start of seeing how well a monster like you can withstand my punishment Oh shit Rachel are you okay? Oh nein Zack 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 please Zack bitte Please No 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 Zack 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 Ich will ja auch was machen können Zack Zeig Zack 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 oh kann ich was machen incredible your life force is so strong a wonderful murdering monster oh you're the perfect specimen of a sinner was ist denn Schatz jetzt ist los ja super shut the fuck up soll ich dir helfen was drauf zu machen get this thing off me so I can wipe that fuck up smile off your face off your face komm her wiii kann ich nicht irgendwas mal in dich machen hallo ich will dir helfen können bevor er doch noch daran stirbt hätte ich ihm den Lappenfeuer geben müssen hätte ich ihm den Lappenfeuer geben müssen hätte ich ihm den Lappenfeuer geben müssen well I'll leave the electric chair on it so lots of lovely ones continue to curse through your body in the meantime Rachel Gardner can find a way to deactivate it if you're lucky then who knows I might even let you both through here hallo he won't survive oh well hello my child does it not captivate you to learn how much of a tenacious monster of a sinner that zack is hallo ja ja ich bin gleich durch hoffe ich besides do you think a sinner has any say in this das das irritiert mich eben halt dass ähm Rachel auch ständig als äh schuldige bezeichnet wird ich glaube langsam nämlich wirklich dass sie irgendetwas gemacht hat sie hat bestimmt auch irgendjemanden getötet außerdem wie gesagt ich hab mich gespoilert weil ich einen Fanart gesucht habe und dadurch was gesehen habe und ich glaube Rachel ist eigentlich gar nicht so lieb wie sie tut beziehungsweise sie tut nicht lieb aber ich glaube sie hat irgendjemanden was vergessen und äh irgendwann erinnert sie sich wieder und dann bringt sie zack um das vermute ich im Moment noch weil ich glaube sie ist selber ein Mörder fähig ist sie eigentlich die Mörderin von diesen ganzen Zeitungsartikeln und nicht zack fähig hat zack okay doch der kann schon mal jemanden umgebracht Anakin hallo nein nein er will nur den Deckel drauf machen well then let the punishment begin ah toll ladies and gentlemen Puppen wow nein what the fuck ich dachte das wären Puppen warum bewegen die sich plötzlich that's creepy ich mag das Spiel langsam nicht mehr weil es ist was wenn es ist das hey 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 du darfst sie umbringen hinterher ist okay ich weiß nicht wie ich ihn da rauskriegen soll kriege ich ihn da mit dem Lappen raus muss ich irgendwas mit diesem Lappen machen den ich bekommen habe oh ich darf speichern okay okay ich speichern mal auf drei okay äh okay okay I do what I can the loosing gaze of the audience upon the sinner ah Anakin sei vorsichtig that case that case is the virtue of the sinner's demise Hilfe and again Aua was machst du denn ist ja gut Schatzi here the eyes of the spectators accept the punishment boah ich kann nicht mehr reden alright now let's the fun begin oh great scheiße eyes of the spectators does it mean these dolls are the spectators huh warte mal der hier bewegt sich nicht der ist einfach nur ganz leblos the stall is moving plus its head is slumped does it not want to face forward okay oh muss ich alle die nicht richtig hingucken und umdrehen ist das die ist das die rechtste Lösung oder muss was ist was hat denn diese Lappen zu bedeuten den ich immer noch habe I don't get it hurry up ich mache ich ja schon ich vereine mich ja Entschuldigung ich muss nicht dass die Zeit weiter läuft während ich da lese okay hat es aufgehört is the current weakening I check it out I feel like the electric current has slightly weakened Zach how is it how is it wie geht's dir da oben wie ist es so die ganze Zeit Elektroschläge komplett durch den Körper fließen zu spüren zu bekommen wie ist das so vor allem auf einem elektrischen Stuhl zu sitzen und alle und die ganze Zeit quasi gebraten zu werden die Frage ist echt gut how is it how's what still got a ways to go maybe I need to have more dolls look away hurry your ass up Moment mal wenn man sich mal das anguckt ich weiß nicht ob ihr die Maus sehen könnt ne ich kann selber nicht die Maus sehen da gibt es welche die bewegen den Kopf schneller als die anderen wenn ich muss ich die auch noch umdrehen I'll do my best okay okay ich beeil mich I'm sorry you know where where what happens if I die do don't oh nein ich muss mich beeilen if you die then it's hopeless from me I can let that happen ist okay ich beeil mich ja is secured and unmovable but his head looks like it could be turned backwards okay oh oh my god I kill that guy egal das ist nur ne Puppe ich hab grad ne Puppe umgebracht I don't care oh shit ah it's okay kill who kill who don't ask for me ich find die Gespräche ist bestimmt bei grad genial I kill you I kill you I kill you kill who shut up don't ask for me I'm sorry okay ah ich beeil mich ja Moment ja der bewegt den Kopf auch schneller okay äh ah ich muss gleich zum denken fuck okay ah ja ich beeil mich okay das der und der der bewegt auch den Kopf schneller hat das geholfen okay es wird schwächer gut okay but how do I make the rest of the dolls look away from the electric chair if can if can just get what if I can if I just I don't know what this hä ich verstehe grad den Satz nicht irgendwie ist das englisch da grad schlecht just get the dolls heads to move come to think of it doesn't Zach have a size shit you can you can you can be as loud as you want talk to me if you're still alive man you're selfish don't you know I'm dying over here nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hey, can you throw your scythe to me? Throw it here. I need it for something. Damn, you're there. Now do something. Dankeschön. I can't reach it. I can't move. Oh, God. Oh, God. I just said it. It's hot. I can touch it directly. Can we use a specific location by dyslexism? Okay. Hey, jetzt brauche ich diesen fucking Lappen. If I grip this with the swag, I can do it. Oh, my God. Ich habe sechs Sense. Ich habe die Macht. Darf ich jetzt die blöde Bitch da umbringen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss erst mal Zack ritten. Okay. Wow, this is heavy. Probably won't be making any clean slashes like Zack. I do what I can. Okay. Oh, ich kann nicht speichern. Gut. Wow, ich bewege mich langsam. So, so. Ja, komm. Ich mache jetzt einfach alle. Bob. Heads up. Einmal alle Köpfe abschlagen. Weil der Rest bewegte sich, glaube ich, ganz normal im Rhythmus. Also, einfach alle die Köpfe abschlagen. So. Hier auch noch. Oh, der da. Oh, ich töte alle. Ich habe alle Puppen getötet. Fällt mir gerade auf. Die anderen bluten nämlich auch, wenn ich sie umgedreht habe. Ups. Ich meine, den einen habe ich den Kopf gebrochen. Das weiß ich. Habe ich einfach mal. Wupp. Gemacht. Aber, äh. Okay. Die anderen sind anscheinend einfach so. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Oh, die anderen Puppen. Puppen. Lächeln. Ja. Ich bin auch gar nicht aufgefallen. Die lächeln. It stopped. Is Zack okay? I don't know. Das überprüfen wir im nächsten Part. Ich bin böse. Ich will auch wissen, ob Zack noch lebt. Aber ich will jetzt erstmal Pause machen. War ich schon verdammt lange aufnehmen, habe ich das Gefühl. Also, ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn wir herausfinden, ob Zack immer noch lebt. Ich hoffe es, weil er mir sehr wichtig ist. Und ich ihn mag. Und er toll ist. Und ja. Also, bis zum nächsten Mal dann. Bye. Hey, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir unten auf den schönen Knopf. Es würde uns super viel helfen. Vor allem mir. Und ja. Schaut euch doch ruhig auch mal meinen anderen Let's Plays an. Ich werde auf jeden Fall noch mehr machen. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020